Hallo, da sind wir wieder. Wir spielen Passfinder und sind hier in dem Grab der vergessenen Helden. Und hier sind überall Türöffner verstreut. Manche kann man einmal betätigen, manche schalten einfach um. Ist ein bisschen tricky. Ja und manche sind auch zeitgesteuert. So wie die hier jetzt. Woher hast du das gewusst? Das war klar. Aber wir haben ja noch niemanden, der da jetzt... Tja, da wird mir irgendjemand wieder hier lassen müssen. Am Ende ist nur einer alleine. Der kämpft gegen 20 oder so. Jetzt gucken wir erstmal. Hier gibt es was. Die sind ja kleine und die sind ja auch nicht so schwer. Was war da? Achso, das ist wieder aus alter Zeit. Ja, Artefakt. Irgendwas mit der Geschichte. Eine Geschichte vom Geschichtenerzähler. Aha. Da werden wir erst mal gucken, wo es hier hingeht. Hä? Ja, das war jetzt Octavia. Jetzt kann man nur hoffen, dass sie es auch schafft, die zu ent... und entschärfen. Also das sind... Ich weiß ja nicht. Na, Octavia, schaffst du das? Bist du auf Octavia? Nee, äh... Kommt ja automatisch, wenn ich die ganze Gruppe ja... Achso, kommt automatisch. Ja, danke. 135. Ja. Das war jetzt gar nicht mal so klein. Ja, das war jetzt gar nicht mal so klein. Ja, da sollten wir wieder ein bisschen vorsichtiger laufen, hä? Hm. Du hast gesagt, du musst da jemanden stehen lassen, denkst du, ja? Ja, ich nehm schon an. Aber jetzt, solange es geht, können wir ja in der Gruppe laufen. Ja, ist auf jeden Fall klar. Verlaufen. Ja, natürlich. Ah, ja. No stopping now is good. Toll. Ah ja, solange hier nicht mehrere Gegner sind. Äh, geh mal ein bisschen schleichen. I'll try to escape their view. So. What's the hold up? Da werden wir mal Octavia rumschicken müssen. Ja. Ja. Hm. Ja. Zyklop. Das ist aber eine große Tür hier. Das ist ne Tür, ja? Naja, ich mein den Durchgang hier. Achso, von wegen Versperren und so. Moment. Ich weiß nicht. Dann würde ich sagen, stellen wir uns um die Ecke auf. Mhm. Und du gehst hin, also. Ja. Und schießt mal kurz auf einen. So ungefähr dachte ich mir das. Hast du Octavia? Ja. Ja, ja. Du kannst gleich hier bleiben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich krieg das mal so hin, wie ich das möchte. So. Na gut, dann gehen wir eben einzeln. Wie steht es? Jetzt. So. Ihr müsst nicht schleichen. Valerie geht schon mal nach da. Geht nach da. So. Und China geht an Schießen. Mal rauslocken. Mal rauslocken. Siehst du noch nicht? Oh, die ist ja hübsch. Aber ich hätte das so nicht können. Ja. Hey, wo sind diese bösen Zykloppen? Da ist er. Oh oh oh. Oh oh oh. Wir können es machen. Ich hoffe, sie läuft nicht nach vorne. Wir können nicht verletzt werden. Ah, dann gehen wir wieder zurück. So, jetzt lauf. Ah nein, du musst dir einmal festhalten. Ich sag's ja, ein Haufen Flöhe ist leichter zu beherrschen. Man muss halt so vieles denken auch. So läuft sie, wie sie sich beeilt. Sie kommt auch gleich an. Ja, weil ich Lidze nicht festgehalten hab. So, ja, jetzt dürft ihr alle. Na ja, ich schätze mal, du hast jeden Einzelnen herbeilocken müssen? Ich habe aber nur einen angelockt. Ich habe ja gehofft, dass ich sie alle anlock. Wer weiß, wie viele das sind, aber Einzelnen gehen sie natürlich einfacher zu bearbeiten. Also meistens sind sie ja zu dritt. Also bisher jedenfalls gewesen. Hallo. Hey, du kleiner Panda, kannst du dich nicht mal locken? Das ist ja ein mühsames Geschäft hier. So, Vorsicht, Falle. Denk dran, dass die anderen nicht ankommen. Also, dass sie schön stehen bleiben. Nee. Ich sehe ja auch niemanden mehr, du. Nee. Aber das heißt ja nichts. Das ist ein ziemlich großer Raum, glaube ich. Ja, ja. Geh mal da hin. Du kommst hier hin. Und dann schleich mal ein bisschen, falls hier welche patrouillieren oder so. Ist deutlich besser geworden. Früher hat sie sich immer die Fingernägel gebrochen. Ja, das ist auch groß. Ja, ist gar keiner mehr. Nee. Ah. Lizzi. Hey, Lizzi. Ich gehe mal wieder zurück hier vor dem Platz. Nee, nee, du bleibst schön brav hier stehen. An deinem Schalter. So, Octavia. Einmal hier aufmachen, bitte. Oh, was war das jetzt? Ein Trank Heldenmut mal sechs. Eigentlich wollte ich sie aus der Heimlichkeit entlassen. Es stand auch da, Heimlichkeit deaktiviert. Ja. Hat sie denn jetzt getrunken, Heldenmut? Nö. Sechs mal Heldenmut hat sie eingesteckt. Gut. Aha. Hier geht es wieder in den Gang lang. Mann. Das ist ein Labyrinth. Ja, hier geht es nochmal runter. Oh gut. Da müssen wir gucken, was es da unten so gibt. So. Diese versammelte Mannschaft hier. Geht zu Octavia. Dann gucken wir uns diesen Gang an. War ja klar. Ja. Done and done. Hm. Okay. Hm. Ja, 26. Das geht ja. Die nächste, bitte. So, hier ist so eine grüne Tür. Die kann ja wahrscheinlich an Miri auch machen. Aber die kennen wir schon. Ja. Hier sind wir ja lang gelaufen. Da sind wir hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Ja, na gut. Dann gehen wir wieder zurück zur blauen Tür. Also zum blauen Schalter. Ja. Da haben wir ja die zweite orange in der Tür. Ja. Wir haben die eine orange in der Tür genommen. Und hier ist die zweite. Jetzt müssen wir hier jemand bei dem Schalter lassen. Hm. Hm. Aber wen? Ja, das weiß ich nicht. Musst du mir überlegen. Der Hund wird kaum... Du musst uns leisten. Ja, müssen wir wohl. Ich komme da dran. Right here, my friend. Christian hier lassen. Wie sehen wir alle aus? Ja, genau. Wollte ich gerade fragen. Wolltest du mal gucken? Der Hund sieht aber gar nicht so gesund aus. Eben. Wir haben schon lange nicht mehr geguckt. Ich wollte dir auch schon sagen, guck mal auf den Hund. 54. Da braucht er was dickeres. Auf jeden Fall. Ja. Hier. Nehmen wir den hier. 52, wie sieht der jetzt aus? Gut. Voll. Valerie. Ja, sollte er auch nochmal. Auch 20. Ah, ob der ist nicht. Jo. Gut. Es reicht. Ja. Gut geschätzt. So. Du kannst ja mal speichern, oder? Oder unten? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Ihr stellt euch schon mal vor die Tür. Lindsay. Lindsay. betätigt die Orangene. So. Gleich anhalten. I am yours to command. So. Na dann alle. Mal sehen, wer hier drin wohnt. Oder in welche Fallen wir gleich tappen. Ich schätze, es ist nicht viel zu sehen. Ich dachte, ihr wart ja schon mal. Aber ich würde mich als was verlaufen. Hier ist auf jeden Fall jetzt irgendwas. Ja, du hast recht. Ja, ne? Hier waren wir schon mal. Ja, genau. Da seid ihr noch reingekommen, als sie gekämpft habt, ist ja die Tür zugegangen. Da ist eine Tür, dazu eine Tür und hier ist eine Tür. Ja, genau. Dann gehen wir mal hier oben rum. Ja. Naja, das sieht auch alles so gleich aus. Ja, ja, aber nur ich erinnere mich halt, dass du sagtest, du musst hier reinziehen, weil die Leute, weil die Tür zugeht. Ach, jetzt sind wir in dem Raum. Sind wir in dem Raum? Ja, jetzt klingelt's. Wir sind wieder in dem Raum, in dem wir schon waren. Genau, wir kriegen hier die Tür. Aber hier sind wir nicht weitergekommen. Na, wir kommen ja auch nicht weiter, oder? Na klar. Kommen wir. Ach, Lindsay muss aufmachen. Lindsay muss aufmachen. Genau, Lindsay, mach auf. Na ja, dann guck mal dich an. Don't hesitate. Ja, ja, ich. Wir müssen hier schnellstens durch. Wir müssen hier schnell durch, ja. Das ist zwar immer blöde. Okay, und los. Da ist Barbar. Nützt nix. Hier sind Barbaren. Jetzt nix. Jetzt nix. Und los. Geht ihr jetzt weiterverflixt? So. So. So, Valerie geht auf den. Du gehst auf den. Ihr schießt auch auf den. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ja. Die anderen, die kämpfen jetzt. Ah, jetzt ist nämlich die Tür zu. Und die wollten schon von da hinten schießen. Das wäre natürlich nicht gut gewesen. Dann geht die Tür zu und Valerie ist mit Hund alleine hier drin. Ja, kann man nur hoffen, dass hier keine Fallen sind. Sonst haben wir ein Problemchen. Ja, ich hoffe auch, dass ihr genug Heiltränke dabei habt. Ja, ja. Ja, ja. Noch mehr hier. Sieht nicht so aus. So, also. Ja. Mal hier hin. Steht brav. Gut. Amiri, wo bist du denn jetzt wieder hingelaufen? Amiri, wo sind die hingelaufen? Da musst du wirklich aufpassen. Ja. Die musst du rück in den Raum wieder rein. Aus dem sie hier in diesen... Ich glaube, hier war das. Hier ist es. Ja, ja. Aber schnell. Und Tristian ist auch da, wo er hingehört. Wo wir ihn hingestellt haben, meine ich. Aber da hingehört, das fragt mich. In dem Fall ist es vermutlich sinnvoll, den beiden das Hirn abzuschreiben. Und wo ist Tristian? Hoffe ich. Ach so, Tristian ja auch. Ja, den hast du ganz vergessen. Der ist nämlich auch gelaufen. Guck mal, wo er hingelaufen ist. Wo er immer... Ja. Nee. Nee, nee. Mann. Der war hier hinten, glaube ich. Nee. Das ist ja, wo wir durchgekommen sind, guck mal. Da, da, da ist er, genau. Das ist es. Da hält er... Da hält er hin. Und? Na ja, da hängt er jetzt an der Tür. Er steht jetzt vor der Tür, ja. Da kommt er jetzt nicht durch. Mit sie. Mach sie auf. Einmal aufmachen. Ja, du musst den auch, die künstliche Intelligenz, musst du auch rausnehmen. Ja, ja, ich muss den... So, jetzt geh, Tristian. ... KI abschalten. Das hat keinen Zweck. I said that the blessing of Sarenrae will light up her soul. Sie ist hier hin. Ja. Da hinstellen. What's the point? I don't know. Aber... So, und aus. Genau. Denk nicht wieder, nicht weiter über den Punkt, na. Ob Sinn macht oder nicht Sinn, macht immer Sinn. So, und wie sieht der aus? Gut sieht er aus. Dann können wir hier mal ein bisschen rumlaufen. Einsammeln. Aha, wo geht's denn hier hin? Waren wir denn hier schon? Na, das fragt mich nicht. Ist ausgeschlossen. Ja, klar. Da sind wir jetzt wieder in dem großen Raum. Ja. Ne, sind wir nicht. Ich frag dich, woher jetzt... Wir sind hinter dem großen Raum. Na, da müssen wir hier gucken. Ja. Ich glaub, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Gut, dann auf der anderen Seite weiter. Kommen wir vielleicht irgendwann mal an den Hauptschalter ran. Gibt's da was für einen Hauptschalter? Ja, der alle Türen aufmacht. Wenn Feinde kommen... Ah, guck mal. Oh, wow. Orange, blau und weiß. Ja. Weißen Schalter haben wir noch überhaupt keinen gesehen, oder? So, hier schlagen wir ja auch davor. Ja. Als wir wollten, dass irgendjemand irgendwas tut. So. Nämlich Tristian, würde ich mal sagen. Ist da gefragt, oder? Ja, hier ist eine blaue Tür. Tristian. Einmal drücken, bitte. Also nix für rein. Ja, wieder. Die drei, vier... rein. March on. Vor die Tür zu fällt. Gut. Kein Feind hier. Wow. Ja. Ja, jetzt ist die Tür... Sehr knapp. Äh, halt. Aus hier, erst mal Pause. Das ist ja sehr knapp, wenn man sich so anguckt. Wie Octavia da drin steht. Ist es Octavia? Ja. Ja. Ah ja, hier waren wir auch schon mal. Da sind wir schon mal rund umgelaufen. Ja. Aha, hier gibt es wieder eine Tür für Lindsay. Mhm. So, Lindsay. Einmal drücken, bitte. I am your own good man. Blöd ist das, aber jetzt ist die Tür öffnen. Pause hast du zum Glück gemacht, richtig? Ja, ja. Ja, klar. Dann kann ich ja nicht oft genug Pause machen. Mal sehen, wer hier drin wohnt. Mit tausend Fallen bestückt. Groß genug ist es. Kapitulierter Kämpfer-Zombie. Was ist denn das? Ein kapitulierter Kämpfer-Zombie. Was ist das denn wieder? Mal gucken. Level 10, Untod da. 101. Na, Christian haben wir nicht hier. Fünf Schadensreduzierung. Oh ja. Naja. Ja. Viel zum Pushen haben wir nicht dabei. Nö. Was wir sehen. Also. Valerie hierhin. As you order. Du dahin. Sie sind aber noch nicht im Kampf. Gut. Dann schießt du mal auf den hier. Wir können es tun. Mhm. So, jetzt sind wir im Kampf. Ja. Also, alles auf Halt. Wir beiden. Strike with all your might. Wir sehen hier. Wir sehen hier. Oh, da stehen einige rum. Ah, der Hund macht gar nichts mit dem Raum. Aber du hattest dich da hingestellt, damit die nicht die Kleinen, den Kleinen. Ja, ich weiß ja nicht, wo sie stehen. Ja, ich weiß ja nicht, wo sie stehen. Wenn von hier ein Pult ansteht. Ja, aber wenn ich, da schießt einer, dann schießt er auf den Hund und dann kann er. Der Hund geht jetzt die Schützen abräumen. Ja, das ist ein Hexenmeister, der unter Macht hast. Ja, ja. Vielleicht sollten wir auch so was haben. Die Halt ist verlangsamt. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Verlangsamen? Ja. Es steht verlangsamen. Wer hat das gemacht? Der Hexenmeister. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber es sieht so aus. Ja. Er hat es bei allen geschafft. Ja, nee. Nein? Äh, Valerie hat Willenrettung. Ja, aber die eine hat der Hund nicht. Und China und Octavia hat er gar nicht erwischt. Ja, aber der Hund. Aber den Hund hat er erwischt. Ich weiß ja nicht, was sie da hat. Was komisches hat sie Valerie. Unter ihrer den. Ah, das Gebet hat sie erwischt. Ah. Da. Solltest du was mal. Ja. Octavia vielleicht Hass machen lassen. Das irgendwie aufnehmen und was anderes. Ja, genau. Solange wir das noch können. Ja, mach mal ein bisschen Hass. Das ist immer gut. Na ja. Gut. Moment mal. Können wir das so machen, dass der Hund mit drin ist? Nee, nicht ganz. Nee, auf den hier. Ja. Das funktioniert sogar auf den Gegner. Jo, ist doch egal. Wenn es auf uns wirkt, ist das hier in Ordnung. Das sieht nicht gut aus, der Valerie. Also ich meine, sie kriegt ziemlich viel ab. Also entweder trinkt sie. Mann, Octavia, jetzt komm mal. Ihr kommt ja gleich. Ist auf null. Das musst du ihn eigentlich geschafft haben. Oder der hat wieder mal versagt. Sollte auch mal was trinken. Jetzt kommt Gina. Ja, aber sie muss sich dann umziehen. Ja, unser Hund ist so langsam. Ja, wir haben die Hass drauf. Octavia, du sollst dich um den hier kümmern, verflickst. Na ja, aber er ist verlangsamt. Der ist nicht nur verlangsamt, der ist verschreckt. Und er ist auch Angst. Ja, er haut ab. Hast? Nö. Nö, ist ja Octavia hier. Ach, Quatsch, ich bin auf Octavia, ja. Verängstigt ist er. Ja. Und zwar für vier Sekunden. Oh ja, oh ja, oh ja. Na ja. Man sollte es nicht angewinnen, wenn du keine hast, gleich Freunde zu machen, dass die uns helfen. Ja, ja, das... Um das nicht so leicht zu nehmen. Der muss weg. Ohne Rücksicht auf Verlust. Oh, ja, aber jetzt wird sie angegriffen, Octavia. Nein. Warum hast du das jetzt gemacht? Ohne Rücksicht auf Verlust hast du gemacht? Normalerweise müssten die ja hier hinterherlaufen, so wie der hier. Warum, da ist doch jemand. Die waren drei, das ist... Normalerweise ist gut. Also ich würde nicht hinterherlaufen. Wenn ich jemanden sehe, der relativ schwach ist, würde ich doch den angreifen. Warum sollte ich den nicht angreifen? Warum sollte ich nicht bleiben und den angreifen? Na ja. Ui. Ui. Mann, oh Mann, dieses Durrennen da hier. Na, es frechst dich jetzt, dass du das nie ausgeräumt hast. Und man kann aufräumen, so oft man will. Es ist wieder alles durcheinander. Und dann fängt die Sucherei wieder von vorne los. Sie muss verschwinden. Ja gut, der hat sie gesehen. Bis sie den Spruch loslässt, ist sie tot. Aber vielleicht auch nicht. Wir hoffen es. Man kann ja hoffen. Sie hat den Arkana-Beschützer. Der könnte vielleicht ein bisschen helfen. Hat sie ihn angezwungen? Ja. Und da muss sie Verschwundibus machen. Jetzt trinkt mal. Ich glaube, das kann sie gar nicht, wenn er immer auf sie einprügelt, oder? Unterbrechen wir es dann nicht? Na gut. Jetzt ist er unsichtbar. Jetzt läuft er auch weg. Ja. Ja, es soll die Freunde machen oder irgendwas? Ja. Hilfe, Hilfe. Da sind immer noch drei, vier Stück übrig. Ja, ja, aber der Hund ist da hinten. Den kannst du vergessen. Der kann sich auf den Hunde machen, den langsam alle. Der ist doch... Oh, nee, der Hund ist noch gut. Sieht noch gut aus. 34 Sekunden. Ach, 34 Sekunden. Sag ich doch. Ich habe nur vier gesehen vorhin. Na gut, dann können wir den vergessen. Ja, natürlich. Ja, okay, jetzt reicht's. Was haben wir hier an Stecken? Magisches Geschoss, Flammenbogen. Zauber ausdehnen, das vergesse ich auch immer. So, jetzt reicht's. Ich glaube, du kommst ja gar nicht ohne aus, ohne sowas. Ja, ja, ja. Wenn wir so kleine Gruppen, so eine kleine Gruppe sind. Was war denn der nächste Abfurcht damit? So, jetzt haben die alle Furcht. Dieser verdammte Hexenmeister hier. Ja. Toll. Ja, und die Eintracht. Und Valerie ist gleich hinig. Christian ist nicht da. Nein, du hattest doch gespeichert. Du kannst ja wieder einladen. Ja. Dann weißt du, wie es wird. Valerie läuft weg, die ist total verängstigt. Die ist verängstigt. Mit der können wir nichts mehr anfangen. Ich meine, das nächste Mal weißt du, dass du sofort auf den Hexenmeister gehst. Ja. Dass du sofort Leute holst, die uns helfen. Vorwurz. Gina ist auch verängstigt, glaube ich. Auf jeden Fall sieht sie auch so komisch aus. Nee. Nee, sie ist noch verlangsamt. Ja. Das ist ganz, ganz blöd gelaufen. Das würde ich sagen, dass wir da sehr, sehr dumm waren und sehr blauäugig. Nicht einfach rangegangen sind, als ob das nichts wäre. Ja. Mit vier Leuten, ja. Eine starke Kämpferin nicht dabei. Also nur eine im Grunde genommen. Und der Hund fällt raus. Und ein Hexenmeister. Keiner denkt an den Hexenmeister. Ach, lass ihn doch mal. Der ist so süß. Guck mal. Schließlich heißt er Hexenmeister. Ja, 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 ja. Das ging bisher viel zu leicht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir laden wieder mal ein. Das hat keinen Sinn hier an der Stelle. Ja. Ich finde es auch ganz gut passt eigentlich, weil wir sowieso Schluss machen. Ja. Weil wir die Zeit nämlich erreicht haben. Ja. Okay, dann werden wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen schlauer angehen. Na, also wenn nicht, dann wären wir wirklich doof. Denn jetzt wissen wir ja, was auf uns zukommt. Okay, bis zum nächsten Mal. Gut, wir sind wieder hier. Okay. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.